Oh, das war ein Feuchter! Achso, ne, der Yu-Gi-O-Kartentyp bei Marcel! Ah, verwechselt, ey! So wenn ich an so einen Versagertypen mit komischen Hobbys denke, dann kommt immer rein. Voll gemein, nein! Scheiße, Mucke! So, wir brauchen ein bisschen, haben wir ein bisschen Happy-Mucke? Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Endbildschirm. Ich starte den Raid und wir lassen nochmal die Credits laufen. Oh, Chris, Mann! Chris! Nein! Es kommt wieder traurige Musik, Mann! Ich hab extra meinen perfekten Song dafür ausgewählt! Ja, total Dankeschön für die Spende! So, das finde ich bessere Musik. Keinen Dank an Chris, aber an die sonstigen Mods schon! Und? Sagen Sie bitte, was ist das für ein Geruch, der von dem Fleck an Ihrer Hose ausgeht? Äh, das, das war Robila, der Hund der Gefährtin Ihrer Majestät. Leomunda ist nett, doch Ihr Hund ist ein Teufel! Was? Ich kam heute Morgen sehr früh an und bin auf dem Divan eingenickt. Und so hat mich dieses Mistvieh geweckt. Hüten Sie sich von diesem Föber! Was ist das für ein Geruch, was so ein Fleck auf Ihrer Hose ausgeht? Äh, ich höre... What the fuck? Moment mal, ist das ein... Fies ich mir das eine Mal! So, ähm, der Honig, den ich dir jetzt rein mache, ist fast der. Also, so falls ihr jetzt aggressive Furzgeräusche hört, der kommt von dieser Tube. Und nicht von gewissen Flatulenzen meinerseits. Ja, das möchte ich nochmal ganz genau anmerken. Oh, das war ein Feuchter! Wie soll ich das die allerekligsten Geräusche machen, ey? Ohhhh! Der war aber leise und sanft. Ich mache jetzt den offiziellen Minuskip. Für mich ist das halt mega, wenn Leute damit klarkommen, gut, aber ich fing wie... Oh, wann! Guck, die macht jetzt ein Party, zusammen mit dem Yoshi! Oh, seht ihr die beiden Pänzen zusammen? Ohhhh! Ohhhh! What? Okay. Ey, da werde ich nur wütend. Da werde ich nicht trauen. Was ist denn meine Musik? Was? Kann man verstanden? Ich bin gerade verbrannt. Im Vulkan, weil sie nicht rechtzeitig zurückgeschaut haben. Und es kommt erstmal diese Erasmuskip. Hinweise kommt jetzt so... Dööööööööööööööööööööööööööööööö komen Oh, Schwusi! Wieso? Daas schreckt ich jetzt erschreckt. Hä, du hast denkst, du hast gemerkt kaputtege. Mö navigating, Leute! Schmusi! Oh mein Gott! Die kannst nicht auch, weil ihr vom Toilette kommt, ne? Ha, Ich war verlaut oder... Das tut mir leid, Schwusi. so ganz ruhig okay jetzt bin ich wach ich hab gerade bei hähnchenfleisch vielleicht nein ich hab vielleicht gesagt das ist nicht das was mir gedacht was ist das witzig ey character animator warum was sagt ihr noch siehst du musst noch weiter nach oben muss noch weiter nach vorne also ich sehe aus wie eine torte jackett ne dann wird ja zu anderen hausse er verdeckt nicht einfach abstimmung was war das nicht im teig aus der schüssel zeichnet so unfertig so das schmeckt richtig ganz ehrlich als kind und so was mit den eltern gebacken aber es doch immer das geil sind hier zum teig am ende rauszulöpfen wie geht denn das erfüllt ist jetzt nicht schmeckt voll herunfertig halt schmeckt ja auch gar nicht so geil ich muss sie schon mal ich dachte was passt jetzt so gut ich schätze die kate oh wieder einmal ja 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 was war das was ist dennig es tickt es tickt es tickt er macht das auf ja ja muss ich hin Wo muss ich hin? Ich komm nicht so weit runter. Ich schaff's nicht, die Deckel ist überall sah. Äh. Hä? Äh. M-Lady. Was? M-Lady? M-Lady. Wo ist die Fedora? Du findest die Fedora noch? M-Lady bitte. Also hohe Vertreter. M-Lady bitte. M-Lady bitte. M-Lady bitte. M-Lady bitte. M-Lady bitte. M-Lady und M-Lady soo nee. M-Lady sc满 soo nee. So cool, wenn da die Haare haben wir so halb soo. M-Lady der schnappt. M-Lady soo ne. M-Lady? M-Lady but. nicht schlecht aber kann ich nicht dass meine brille so von alleine sich bewegt die ausarbeitet so von alleine doch ich kann Untertitelung. BR 2018 Hallo, hallo. Hallöchen. Ach du, auch hier. Hallo. Oh, wie ein Hals umgeknickt. Ja, das ist meine Frau. Na, was man nicht im Kopf hat, muss man halt... Wie sagt man? Oh nein, ich muss schon weinen. Ich muss schon weinen. Na, was soll ich im Kopf hat, aber was soll ich an den Schultern haben, Leute? Ich bin halt einfach ein bisschen zu krass trainiert, Leute. Never skip a head day. Ne? Was passiert das? Das ist dann, ne, wenn Marcel mich allein im Wald zurückgelassen hat. Hintervorrag so, cool. Komm, hintervorrag so, eh nach... Ich bin gekommen, um... Ich bin gekommen, um... Alles in Ordnung. Sind Sie verletzt? Nein, ich glaube nicht. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Da stand so ein Trottel und wir konnten Sie richtig gut sehen. Ich glaube eher, dass... Wenn wir mal unauffällig ein bisschen spänken wollen. Kennt ihr das auch? Ihr sitzt gerade auf dem Boden, wollen nur ein paar Kakerlakenfratzen, aber auf einmal wird ihr sexuell von der Professor der Agrarkultur belästigt. Ja, ich hab's trotzdem nicht an den Ausreden. Ey, ich hab zu laut geschissen, ey. Ja. Tut mir leid. Sorry, ich hab zu laut geschissen. Ich hab dich nicht verstanden, Marcel. Kannst du bitte lauter reden? Nico, danke schön für deinen Wieshab. Danke dir. Richtig zu laut abgedunkt, ey. Hat man gar nicht dann gehört, was Marcel gesagt hat. Ja. Oh, du Vorsteller. Ich beantworte jetzt die Frage. Und zwar... Genau so, ey. Richtig den Sprühschiss, ey. So scheiße. Und nein, ich hab nicht gehört, was Marcel gesagt hat. Verdammt, du wirst du mal auf euch sein? Dankeschön. Ich hab dir gerade antwortet. Ohne, mir kommen schon die Tränen, ey. Ey, das ist auch das sexuelle Belästigungsspiel. Warum soll ich die jetzt in den Schritt fassen hier? Mann. Ey, er fasst richtig... Wir haben wirklich Humor. Vielleicht kann ich diese Hosenträger irgendwann brauchen. Er ist mal hier... Er ist mal hier... Er ist mal hier... Er ist schon die Hose ausgezogen, bevor er in den Schritt reinfasst. Ey, ich pass uns nicht. Können wir die Nippel untersuchen? Das wäre jetzt schon... Das wäre mir eigentlich schon wichtig. Dreh! Schock! Ich habe hier in den Bildflüssen. ihr gehört alle ins bettchen er wird begossen was bliesst er mich ach so ach der typ hier achte ich kann verletten